hallo und herzlich willkommen bei Virtusius und einer neuen folge transportiver im schönen bau dank dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem kanal so ihr seht im verhältnis zur letzten folge hat sich noch ein bisschen was getan ich habe ein bisschen ausdekoriert eine aldi hingepflanzt war doch eine aldi ohne markenwerbung zu machen hoffer wie ein aldi zeichen auch geil ist ja auch wurscht hier doch ein paar häuser hingesetzt und ein kleines industriegebiet hier in die stadt gesetzt mitten rein weil hier ein ablagepunkt noch sein will der verkehr ist auch ordentlich angestiegen den ice habe ich auch vernünftig auf die strecke gekriegt ich habe den fehler gefunden in der letzten folge aber darum soll sich heute gar nicht so drehen viel deko rein noch eingesetzt hier ein bisschen wald sieht eigentlich ganz nett aus muss man ja zugeben aber diesmal möchte ich mich doch noch mal um ein gleiswartebereich vorfeld kümmern deswegen dranbleiben zwar gehen wir davon von hier ja ich habe schon mal vorbereitet hier ein riesen riesen ein riesen wartebereich für zum beispiel solche züge gesetzt hier sind ja alle schon fleißig am fahren straßen reingesetzt ein bisschen angepinselt ich habe mich hier für diese variante der häuschen entschieden die sind relativ klein eigentlich aber es reicht mir aus ich wollte jetzt nicht weil diese es gibt diese großen lokschuppen die man so hintereinander pflanzen kann aber die sind zu groß also von der höhe her finde ich persönlich total unrealistisch auch wenn eine menge rein passt aber da ist eine tür zum beispiel dreimal so groß wie so eine tür und das passt irgendwie nicht finde ich vom größten verhältnis her und deswegen habe ich mir halt so was hier überlegt mit verschiedenen wartesträngen die hier so abführen noch mal einen kleinen personenbahnhof den ich hier hinten gesetzt habe hier so ein tunnel versteckt der dann einfach hier wieder raus führt irgendwie sowas und dann alles hier natürlich angebunden das einzige was mir jetzt wiederum nicht gefällt ist diese variante hier ich bin mir neu sicher ob ich die lasse oder ob ich das noch mal abänder muss ich mir später mal genauer überlegen ob ich da noch was einsetze war das relativ unwichtig verkehr ist langsam ordentlich dabei so ich mache mal päuschen ein bisschen ausdekorieren müssen ich habe angefangen ich habe hier mal so tanken hingepflanzt hier noch nur zwei waschstraßen habe ich mir mal besorgt auch nicht verkehrt wie ich finde so hier sind die hütten hingesetzt wie gesagt hier so im bahnhof das wirklich so ein einzelner bahnsteig nur zum warten kommt jetzt nicht viel hier wird dann halt noch ein bisschen gebäude entstehen da setzt man doch einfach mal an so viel wollte ich jetzt hier auch gar nicht eigentlich tun commercials relativ modernes werk hier alte bereich wo wartet mal ich habe da vielleicht eine bessere idee dass man suchen hier die finde ich nämlich ganz ehrlich gesagt am schönsten für so große industrien hier diese papier gebäude machen wir mal papier textilien textilien ist natürlich auch geil das sind so richtig schöne ja wie nennt man sie alte bauten die sich hier eigentlich sehr gut immer einfliegen das sind die tür genau auf der gegenseite relativ gerade hier anzubringen ja das sieht doch gut aus so für den anfang hier noch die kleinen was auch noch dabei und diese und die sind ja sehr winzig ach das sind nur diese zwischentüren ok reicht ja schon fast jetzt haben wir schon mal einen guten ansatz hier gemacht jetzt suchen wir noch ein bisschen leute hier her welche wahrscheinlich einfach ohne essen zu machen dann passt das eigentlich passt noch nicht ganz so zum duo hier sowas sieht besser aus finde ich und dann eine andere art vom bau sagen wir noch so im petto vielleicht doch ein bisschen kleiner noch kann man ja auch manchmal machen sieht gar nicht so verkehrt aus da so ein kleiner französischer aber gut jetzt noch ein bisschen industrie die sind leider immer echt klein gehalten das ist halt das problem wie ich persönlich finde ich habe hier natürlich nichts rein gehauen ich habe hier natürlich nichts rein gehauen kann man zwischendurch echt mal machen wie gesagt um ein wenig hier auch personenbetrieb hinzubekommen finde ich das nicht so verkehrt finde ich das nicht so verkehrt und dann hier keine ahnung sowas hier rein ein bisschen groß muss ja nicht alles so zugebaut werden reicht ja manchmal ein bisschen einfach hier ein bisschen Leben in die Bude zu kriegen vielleicht da schon wieder nichts angemacht aber ist ja wurscht einfach mal ein bisschen rein mal erstmal ein Beek hier rein so 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 passt reicht mir ja schon aus sag ich mal hier für den ganzen Betrieb sowas ist völlig ausreichend wir können jetzt hier nur sagen wir gehen mit so ein paar kleinen Häusern ohne Schornstein vorzugsweise wenn dann so ein kleiner ist ja auch okay so 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 Baracken mäßig für den Betrieb hierher ja der ist schon groß dann können wir aber hier so schön reinsetzen ja das wird wenn das eingebunden ist alles richtig auch schick aussehen muss ja flexibel sein das schöne ist dadurch kommen hier halt erstmal richtig Leben in die Bude hier hier diesen Bereich um die Brücke rum bisschen schöner auskleiden so da aber sieht doch schon ein bisschen angenehmer aus hat das Ding an der Tür so nawet also hier blau ist. Ich überlege ob ich hier auch noch drangehe, aber eigentlich wollte ich das nicht so unbedingt. Da einen hin. Da habe ich ja einen Weg, das passt soweit. So, was willst du eigentlich mehr? Ich überlege jetzt gerade noch hier so was richtig schön Altes reinzusetzen, aber ich glaube das ist eher unnötig. Ja, brauchen wir nicht. Dann müssen wir das hier noch an die Straße anbinden. Das kann man auch immer gerne so machen. Das war ja relativ gerade gesetzt haben. Sollte das ja eigentlich alles kein Problem sein. Boing's, sind alle dran. Hier noch. Immer schön die Wege richtig setzen. So, alle Straßenanschluss. Na gut, noch nicht. Aber das jetzt habe ich auch nicht so richtig. Oder kriegen wir hier einen hin. Tja, was sagst du denn dazu? Läuft. Läuft, wackelt unter Luft. Was fehlt jetzt natürlich noch? Zäune. Ohne Ende Zäune. Die müssen wir noch reinsetzen. Dann haben wir das Gebiet eigentlich auch schon fast fertig. Gut, hier müssen wir auch noch einen Weg hinpacken. Warte mal, das müssen wir gleich mal machen. Wo packen wir denn Zäune hin? Das hier werden wir mal als extra Gebiet kennzeichnen. So ein Krach da oben bitte. Oh, manchmal muss man hier so ein bisschen schrecklich machen. Ist aber nicht so schlimm. So passt ja. Jetzt hat man ja öfters mal, dass wo auch einzelne Gebäude extra eingezäunt sind. Das liegt ja meistens daran, dass die auf solchen Geländen aber eigene Firmen sind. So, das haben wir schon mal. Und hier keiner rüberlatscht. Und hier keiner rüberlatscht. Boinks. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier der Zugang ist ja eh von hier aus gesehen. Die kommen alle nur von da vorne rüber. Das ist schon mal gut. So. So ich Kleinzäune hinsetzen. Einfach die Sicherheit gegeben ist. So. Das passt ja eigentlich ganz gut. Hier können wir nochmal ran. Überall auch schon die Schilder relativ dezimiert, aber nicht komplett abgeschaltet. Das heißt, geht ja auch, dass man die gar nicht mehr angezeigt bekommt. Aber ich finde so ein Warnsignal ist jetzt eigentlich nicht verkehrt. Muss ja auch mal sein. Können wir auch mal ein bisschen Farbe reinziehen. Das machen wir hier. Und die Szenerien entstehen dann sowieso erst später. Ja ne. Also wenn ich denn wirklich Personal, äh, Personal, Personen esse, jetzt will ich relativ am Ende erst eigentlich reinsetzen. Zumindest meine Idee. Planiert euch hier komplett. Das ist ein riesiges Gelände. Ich habe jetzt hier zwar keinen Maßstab, aber sollte schon mal so einen Kilometer länger haben. So. Jetzt können wir hier relativ grün mal lassen. Hier vielleicht außer aus der Umgebung. So. Ein bisschen Grünzeug schadet hier auch nicht. Was weiter weg ist. Da kann man mal größere Bäume hinsetzen. Zwischendurch. So. So. Hier ein bisschen. Kleinkram. Damit das hier. Bisschen wohnlicher wird. Die ganze Geschichte. Hier ein bisschen. Teilweise schöner als die Ränder, muss ich hier zugeben. Ich werde hier nochmal auch so ein Ding reinziehen. Soll ich glaube ich komplett wieder wegnehmen? Ne, doch nicht. Perfekt. Läuft. Ich meine, was willst du mehr? Hier drin können wir nochmal ein bisschen. So ein paar kleine Assets müssen dann halt später auch noch dazu kommen. Finde ich manchmal nicht verkehrt, so für die Ecken. Da kommen ein paar Autos noch mit drauf. So. Das ist schick. Oh, kann man so verkaufen. Auf. So nimmt das halt alles nach und nach immer mehr Gestalt an. Oh, Speicher. Ist schon wieder soweit. Ja, voll. Ne, dann mache ich jetzt hier einen Cut. Und dann werde ich noch ein bisschen Rollmaterial drauf tun. Dann gucken wir uns das mal in der nächsten Folge genau an, wie das hier so vonstatten geht. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Und Tschüss. Nichts. Schau. Gitarren. Das ist vermutlich hin. Untertitelung des ZDF, 2020